Meine Maus auch kurz zu sehen, schrecklich. Oh, full aus. Ach, hinter uns ist die Abkürze, guck mal. Ach so, ja, aber die gibt's hier nicht. Wer ist mein Name? Wer will rückgärts fahren? Ja. Na, kommt mal dahin, ist da nicht eine Absperrung. So, ja, da nicht eine Absperrung. So, ja, da nicht eine Absperrung. So, ja. ist ein moskwitsch alter schweig Ja, Wolltest aber unbedingt gewinnen, ne? Cool, wenn ich nicht gesetzt hätte, hättest du wahrscheinlich gewonnen. Also gesetzt, Pipapo, mach ich aber. Ende aus. Können andere... Wenn es keine Regel gibt, wirds gemacht. Und Terpentine. Danke der Nachfrage. Na, das... Kriegt so ein bisschen was, aber soviel auch nicht. Haben wir damals gemacht, mach ich heute auch so. Was für zwei, 15, 20 Jahren richtig war es heute auch richtig so. Genau, ist absolut okay. Aber das viel Endspeed. Interessant. Also 10 km mehr. Ja. Aber die anderen, nicht die anderen, aber Zombies hat auch fast die gleiche Speed wie ich. Ja, ne? Ich denke mal... Hm, interessant, okay. Dann war eher deine schlecht. Ja, ja, wahrscheinlich. Die Strecke. Ja. Ja. Oder ist eine Richtungsänderung dann ohne Ladestream oder so? Ne, ist die gleiche Richtung. Okay. Also das ist irgendwie so eine Zeit und vielleicht... Ich weiß ja, weil heute ein bisschen kurz ist, dann... ... haben wir vielleicht die Zeit zum Wechsel noch nicht gehabt. Jetzt... Dauert das? Ja. Ja. Ja, der Ping von irgendwie jemand wahrscheinlich. Muss angeglichen werden. Ach, ich mag das Auto nicht. Oder das Auto mag nicht nicht. Eins von beiden. Dauert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Hmm, Sun ist halt auch ein üblen Ping. Ja, heute mal ohne Reset, also jetzt eben. Sollte die steuerlichste Strecke gewechselt werden, übrigens? Ja, jetzt müsste eine andere kommen. Ich habe auch wieder so wenig... So wenig was? Ja, so sehr wenig Speed. Interessant. Wo immer das ist. Tja, das muss ja dann eigentlich der Teil vor der ersten... Hä, schon wieder? Na gut, dann halt viermal. Das muss ja der Teil vor der ersten Haarnadel sein, wo das ist. Ja, ne? Gut, da habe ich eben wie angeditscht, ja, aber trotzdem hat es erreicht. Nichts, aber nicht. das wird wohl kein sieg wir können auch noch eine kurschen das wird wohl kein sieg 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 generell ist das Ding heute irgendwie mies so zum server an sich ist es ok sind es denn mehr als Meteor und äh diese Bieste vielleicht steht es am Meteor keine Ahnung tja habe ich jetzt gewonnen oder bin ich zweiter man weiß es nicht wollen wir haben wir acht spieler drauf äh ja scheint als wäre Meteor hinter mir gewesen oh ja drei hundertstel ausgezeichnet Zone N Zone N sagt mir aber auch nichts es gibt eine Nintendo-Zeitung die hieß Endzone alles gut gekauft wäre ja möglich dass es eine Referenz darauf ist Zone B Sagt mir das was ja Zombie ja ja ich glaube fast auch ok ok was wird gefahren weißt du das wissen wir noch nicht ja wenn wir ein Auto auswählen dasselbe wie äh gerade egal habe überlegt der ZLK manuell zu lernen ja bei ein paar Strecken musst du da nicht viel lernen ja das Problem ist er hört ja sofort auf mit dem ab einer Geschwindigkeit mit dem Beschleunigen da gibt es keinen keinen sanften Übergang einfach nur jetzt geht es hier nicht weiter das ist schwierig naja Drehzahlbegrenze halt ja aber das bei den meisten Fahrzeug ist das schon ein bisschen sanft sanfter Übergang bei dem Fahrzeug einfach nur hart habe ich das Gefühl bei einem fehlt das Auto noch das heißt sobald die Anzeige kommt äh jetzt haben wir dann doch das neue also muss man da gucken Bad Chat ist ok manuell ist in Ordnung ja was für die Wahrscheinlichkeit haben wir dass ich hier den ZLK bekomme genau genau da muss man dann aufpassen falls dann aber bei der Letzte dann ganz schnell ja aber es kann halt passieren wenn der Letzte dann ganz schnell wählt dann ist es auf einmal der ZLK dann bist du gezwungen manuell da fällt eine Automatik schwierig dann kommt die Punktstrecke mhm boah der will nicht der will nicht der will nicht der will nicht rum ja ich bin auch extrem feige von was gegangen aber ja ich bin auch sicherer so ja der springt aber scheiße boah war mir eben schon klar dass die Kiste scheiße rumkommt ah ich dachte eigentlich ich wäre vorsichtig aber voll vor dem blöden Pfahl voll vor dem blöden Pfahl wer ist denn durchgekommen du bist doch vorne das willst du denn ich meine fast vorne ich meine fast vorne voll vor er so ик wille be worry natürlich tre w Komm, komm, komm. Schlecht, 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 schlecht. Uiuiui. Der kommt auch nicht um die Kurven rum. Das war für viele das große Problem. Auch Sky-Fy eben verhauen die eine große Kurve da, die lang gezogen. Da musste ich schon, der schafft es nicht. Sky-Fy war ja vorhin, aber ich kann nicht hinweg, dass er hinter mir landet. Ja, da musst du hart resetten auf einer High-Speed-Kurve. Ja, da musst du hart resetten auf einer High-Speed-Kurve. Das bringt nichts. Ah, Spider. Ich bin mir sicher, dass es irgendwie auf Spanisch oder Italienische Speedo heißt. Irgendwie die Speedo-Maus aus Mexiko, ne? Irgendwie so. Könnte sein. Ist mir aber egal, wie ein italienisches Auto auf Spanisch gesprochen wird. Wer will nicht? Wer will dann nicht fahren? So nie. Arbeitsverweigerung, ne, denke ich mal. Arbeitsverweigerung. Kein Auto. So. 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 Ich meine, ich müsste mal posten, dass es wieder ein Platz frei ist. Hier müssten wir aber auch unrechtlich im See sichtfält herumfahren. Welchen lang bist du? Fünfter. Ja, ich auch. Ja, du bist wohl besser. Ich dachte, es wäre zu hoch. Kann sein, wenn jetzt einer von uns beiden im vierten wäre, dann könnten wir es rausfinden. Aber so ist halt so. Oh Mann, oh Mann, das klingt echt scheiße. Ist du mal noch im fünften? Ja! Ich auch. Das klingt so scheiße. Ja, der ist in der Grenze hier. Okay, ich gebe auch in den vierten. Ich jetzt auch. Ah, dritter ist ganz scheiße. Na, okay, das her und her schalten war nicht gut. Mal wieder ran. Nee, mal wieder ran. Uiuiui. ich meine strecken alle zurzeit ich schieb es auf den spider soll ewig im kalender stehen der gr aber es hat sich das so gefunden so ich wollte ja posten dass ein platz ja wir haben keine angst mehr vor meteor es ist immer andere flüssig oder rasenmäher automatik oder manuell ich glaube es geht so wie gesagt die frage stellt sich nicht da ich nur ein auto normalerweise automatik fahre das soll ja aber der ist halt eben möglich das schallt es doch nicht so oft man schaltet doch hier nicht so oft ja ja aber das macht der das auto macht es halt von alleine ganz gut sagt nur die frage ob du unterstrecken bist du faul naja also du hast den vorteil mit automatik beim manuellen schalten bist du immer langsamer also die schaltvorgänge sind langsamer als in der automatik schaltung also bei diesem spiel zumindest und wenn dann die automatik halt halbwegs sinnvolle sachen macht dann bist du damit schneller wenn es halt nur blödsinn macht wie bei vielen autos hier dann muss manuell fahren nicht gut der wickel zum tv schnell mich mehr der wickel zum tv schnell mich mehr der wickel zum tv schnell mich mehr Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, einmal wurde es leise hinter mir, was gut ist, weil ich hatte echt schon zwei blöde kleine Fehler drin Oh, einmal wurde es leise hinter mir, was gut ist, weil ich nicht so viele kleine Fehler drin Ja, ja Zweite Hälfte der Strecke, bist du da unschlagbar? Alles eine Frage der Anzahl der Fehler Du hast das Rennen gewonnen Ja, ich bleib bei Automatik Das ist ein schlechter Zeitpunkt Achso, du wolltest ja üben, genau, du wolltest ja üben Soll ich dann hier? Jetzt bin ich denen Automatik gefallen, macht es keinen Sinn in CLK manuell zu fahren Probier es doch mal, ist eine ganz neue Erfahrung Nö Gerade beim Start Nö, das geht, also, ja, stimmt schon Achso, du hast den zweiten Gang anfahren, hey Nö, warum denn? Oh, nö, da halten wir den dritten Was? Nein Was? Nein Horst Ah Grazie Achso Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal gucken schnellste runde könnte knapp werden aber wobei ja knapp was hast du denn ja das dürfte schnell zu sein glückwunsch du bist zweiter ist der gleiche aber jetzt blöd bei ihm mit ihr oder du mal gucken was für sie es geht zu schnell so weit kam mein auge eben nicht deswegen brauchst du es ja ja es funktioniert nicht aus egal egal welche exe hatte ich auch dann habe ich irgendwann die ja so egal nicht hochgeladen dann irgendwann die version von die man genommen wieso rede ich alle englisch ich verstehe die hälfte davon selbst du redest englisch ich frage was auf deutsch und rede alle auf englisch der server ist halt eben auf englisch egal die deutsch ja dann versteht die anderen ich meine also dann verstehen 90 leute das nicht sagen wir sind wollen sie ja nicht sollen wir auch nicht menschen ja mal lesen kannst du es doch haben wir es gehe ich interpretiere es meistens dann genau google translate ist super ne die bell ja geht auch alter der kommt es war auch für dich ist warum das habe ich mir auch gedacht standgas hilft aber da wird es echt aussteigen ich glaube im dritten hier ja das war besser aber da wird es presumt weil du es genauso zagen da wird tik alles ich habe etwas da du Das war's. Gott, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben jetzt erst 21.32 Uhr, ach je, viel zu früh. Hä, wir waren nicht einmal auf den Tropen heute. Waren wir schon. Wo denn? Also ich war schon drauf. Meine ersten beiden Rennen habe ich da noch gemacht. Na gut, okay. Da warst du dabei. Nein. Peter, kurz danach. Also ich war noch nicht auf den Tropen heute. Ich muss immer an der Gehültrung gucken. Lauf die Tür. Ich muss immer an der Gehültrung gucken. Ich muss immer an der Gehültrung gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020